Hey yo Leute, Crimex hier und heute gibt es mal wieder eine neue Episode von Stellt mir eure Fragen. Ja Leute, es ist ziemlich lange her, seitdem das letzte Q&A Video von mir kam und da diese Videos immer extrem gut bei euch ankommen, habe ich mir gedacht, ich hau mal wieder eine neue Episode davon raus und das freut mich persönlich auch, dass diese Videos bei euch so gut ankommen, weil das einfach zeigt, dass ihr einfach ziemlich an mir interessiert seid und wir haben jetzt auch schon wieder relativ schnell über 200 Fragen zusammenbekommen. Ich habe glaube ich vor einer Stunde erst den Post auf Facebook gemacht und wenn ihr auf jeden Fall bei dem nächsten Q&A Video dabei sein wollt oder besser gesagt eure Frage, dann schaut auf jeden Fall mal auf meiner Facebook Seite vorbei, denn da werde ich sowas auf jeden Fall immer ankündigen. Link dazu ist natürlich unten in der Videobeschreibung zu finden. Ja Leute, aber ich würde sagen, wir starten auch direkt einfach mal mit der ersten Frage. Naja, so ziemlich eine der ersten Fragen, die ich gestellt bekommen habe auf diesem Post, in dem ich gesagt habe, dass ihr mir bitte Fragen stellen sollt. Diese kommt von Kevin und er fragt, das ist keine Frage, wollte nur Aufmerksamkeit. So, nachdem Kevin jetzt seine Aufmerksamkeit bekommen hat, können wir mit der nächsten Frage weitermachen und diese kommt von Julius und er fragt, wenn du entscheiden könntest, was für Inhalte DLCs in GTA 5 eingefügt werden, welche Inhalte würden dir in GTA Online am meisten zusagen? Also ich fände auf jeden Fall Jetpacks ziemlich cool, ich fände Graffiti ziemlich cool und was fände ich noch ziemlich cool? Ähm, Haustiere, genau, Haustiere, Jetpacks und Graffiti werden auf jeden Fall drei Sachen, die ich auf jeden Fall extrem feiern würde, wenn diese noch in Form eines DLCs in das Spiel hinzukommen würden. Die nächste Frage kommt von David und er fragt, wie findest du Brawns und Amix? Ja Leute, dazu muss ich ganz ehrlich sagen, das sind auf jeden Fall beides Personen, mit denen ich wirklich niemals etwas zu tun haben möchte. Ich bin auf jeden Fall extrem froh, dass ich mit den beiden noch nie ein Video gemacht habe und ich werde es auch nie tun, also das sind wirklich beides Personen, mit denen ich wirklich niemals etwas zu tun haben möchte. Ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter mit der nächsten Frage und diese kommt von Maxi und er fragt, ist YouTube für dich deine Zukunft oder willst du nach der Schule einen Beruf lernen? Ich habe diese Frage mit reingenommen, weil ich diese wirklich extrem gut fand, aber ich finde diese Frage auch ziemlich kompliziert und ich habe dazu eigentlich momentan noch gar keine konkrete Antwort, weil man einfach sagen muss, ähm, ja, ich kann es momentan einfach noch gar nicht sagen. Ich meine, es ist kein Geheimnis, dass man mit YouTube etwas Geld verdient und ich habe momentan 72.000 Abonnenten und verdiene natürlich auch etwas Geld mit YouTube. Also das sage ich auch ganz offen und ehrlich, das ist wirklich kein Geheimnis. Aber das, was ich mit YouTube verdiene, reicht wirklich noch lange nicht zum Leben und es ist auch nicht vergleichbar mit einem Hartz-IV-Empfänger zum Beispiel. Also es reicht wirklich lange noch nicht, um damit seine Rechnungen und sowas zu bezahlen und deswegen ist es mehr für mich wie so ein erweitertes Taschengeld. Klar, es ist als Schüler richtig gut, was man als YouTuber verdient, aber wie gesagt, es reicht einfach lange noch nicht zum Leben und deswegen sieht es momentan so aus, als dass ich mich mehr so auf die Schule konzentriere, um dann später mal einen Beruf zu lernen, aber, ähm, ja, ich kann es momentan einfach noch nicht sagen. Vielleicht ist es ja in ein paar Jahren so, wenn ich mit der Schule fertig bin, dass ich dann einfach ein paar hunderttausend Abonnenten habe und wirklich, ähm, ja, sehr gut von YouTube leben kann. Wäre natürlich extrem geil, weil mir YouTube wirklich extrem viel Spaß macht und dann hätte ich mein Hobby als Beruf und dann würde ich diese Chance natürlich auch nutzen, aber wie gesagt, momentan reicht das wirklich noch lange, lange nicht und deswegen sieht es momentan eher so aus, dass ich mal einen Beruf lernen werde, aber wie gesagt, ich weiß einfach nicht, was die Zukunft mit sich bringt. Und da wir gerade schon so in der Zukunft schweben, passt die nächste Frage auch ziemlich gut und diese kommt von Hussein und er fragt, was willst du in Zukunft machen? Weiter GTA oder jetzt so Branks, Challenges und so weiter? Bitte nimm meine Frage. Also erstmal hier gerne, weil ja eine Frage auch ziemlich gut ist und ja, gerade so als GTA-YouTuber fragt man sich natürlich, was macht man auf seinem Kanal, wenn vielleicht irgendwann mal GTA keinen mehr interessiert und dazu habe ich mir natürlich auch schon ein paar Gedanken gemacht und ich denke mal, es wird in Richtung Vlogs oder vielleicht auch Trainingsvideos gehen, weil ich denke mal, wie der ein oder andere von euch weiß, von Instagram oder so, der wird wissen, dass ich auf jeden Fall ziemlich gerne trainieren gehe und auch ziemlich oft und das wird mir auf jeden Fall ziemlich Spaß machen, davon Videos zu machen, aber auch Vlogs hätte ich in letzter Zeit irgendwie immer mal wieder Bock drauf, einfach so ein bisschen was über meinen Tag und so zu erzählen. Also muss ich schauen, momentan weiß ich es noch nicht so genau, aber werde ich dann auf jeden Fall sehen. Es wird natürlich auf meinem Kanal immer weitergehen, auch wenn es mal irgendwann nicht GTA sein sollte. Ja, muss ich dann einfach schauen, was mir dann Spaß macht, denn das ist das Wichtigste, dass man einfach Sachen macht, auf die man persönlich Bock hat. Was würdest du machen, wenn du 100.000 Abos hast? Ja Leute, bei 100.000 Abonnenten gibt es auf jeden Fall mal wieder ein richtig fettes Special. Muss ich mal schauen, was sich mir da einfallen lässt. Vielleicht mache ich ein Facecam-Video, muss ich mal schauen. Auf jeden Fall werde ich auf jeden Fall richtig feiern gehen und es wird ein richtig geiles Special geben. Die nächste Frage kommt von Karbin und er fragt, wieso zeigst du nicht mal dein Gesicht in einem Video? Nicht nur Instagram, lieber Max. Und diese Frage war wirklich mit Abstand die Frage, die am meisten Leute interessiert hat. Mittlerweile hat die Frage über 20 Likes und das zeigt mir einfach, dass es wirklich extrem viele Leute gibt, die sich diese Frage gestellt haben. Und das Ganze liegt momentan einfach an zwei Gründen. Also einmal, ich habe momentan noch gar keine Facecam und zweitens, ich finde, man braucht, um GTA-Videos zu machen, keine Facecam, denn gerade wenn man Glitches oder sowas erklärt, da schneidet man ziemlich viel und da müsste man immer die Facecam starten und wieder schneiden und so. Also das bringt es momentan einfach noch gar nicht, wenn man Glitches oder sowas zu GTA macht. Aber wie ich schon mal in einer Frage davor gesagt habe, also falls ich mal Vlogs oder sowas machen würde, dann mache ich natürlich auch gerne mal die Facecam an, weil, wie gesagt, ich bin nicht komplett davon abgeneigt, mich zu zeigen. Wer mich gerne sehen möchte, der kann das natürlich auf Instagram gerne tun, wer mir noch nicht folgt. Link dazu ist natürlich unten in der Videobeschreibung zu finden. Aber wie gesagt, momentan einfach zu GTA passt noch nicht. Vielleicht irgendwann mal. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit der nächsten Frage. Und diese lautet, ey, wie stehst du eigentlich zu deinen Fans? Würde mal hören wollen, wie du uns findest. Und diese Frage würde wirklich auch extrem oft gestellt. So, ey, Kramix, wie findest du deine Fans? Bist du zufrieden mit uns und sowas? Fand ich persönlich ziemlich lustig, dass sich das so interessiert hat, aber auch ziemlich cool. Und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich diese Frage auch mal mit rein. Und also, wie gesagt, in dieser Art gab es wirklich richtig oft Fragen. Und dazu kann ich wirklich momentan nur sagen, ich bin wirklich übelst zufrieden mit euch. Also, ich will jetzt nicht schleimen oder so, aber wir machen wirklich richtig viele Likes und so. Und ihr schreibt übelst viele Kommentare. Und das freut mich einfach. Ich denke mal, das Schönste für jeden YouTuber ist, einfach möglichst viel Feedback zu bekommen. Auf die Arbeit, sage ich jetzt mal, die man macht auf das Video, dass man stundenlang produziert, dann eben viele Kommentare und Likes und sowas zu haben. Macht einem einfach Spaß. Und das macht ihr wirklich momentan wirklich sehr gut. Wir machen viele Klicks, viele Likes und viele Kommentare. Macht einfach wirklich extrem viel Spaß mit euch. Will jetzt hier nicht so sehr rumschleimen, aber man muss einfach mal sagen, wie es ist. Und deswegen einfach mal Danke an der Stelle. Und ja, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie ich euch finde. Also wirklich einfach nur klasse. Und ich würde einfach mal sagen, Und jetzt würde ich sagen, kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Und diese fand ich persönlich wirklich ziemlich lustig. Und zwar Marcel Scorpions Nase oder Montana Black 88 Lache. Wenn du wählen müsstest, welches würdest du nehmen? Ja Leute, also wer die beiden nicht kennt, ich denke mal, die meisten dürfen euch kennen. Also Montana Black hat eine ziemlich behinderte Lache. Und Marcel Scorpion hat einfach die übelste Illuminaten Nase. Also richtig spitz und dreieckig. Und hier muss ich mich als einfach für irgendwas entscheiden. Und ich denke mal, ich würde die Lache nehmen. Weil das kann man, glaube ich, besser verbergen als so eine spitze Nase. Und ja, das war es jetzt auch schon wieder mit diesem FAQ Video. Ich hoffe natürlich immer, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr sowas in Zukunft öfter haben wollt, dann, ja, dann wisst ihr natürlich, was zu tun ist. Brügt auf jeden Fall auf den Like-Button ein für einen Kurs an Bizeps. Ich bin jetzt an der Stelle einfach mal raus. Schaut auf jeden Fall mal auf meiner Facebook-Seite vorbei, wenn ihr sowas nicht mehr verpassen wollt. Bis dahin, haut rein Leute, euer Crymax. Schaut auf jeden Fall 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 auf jeden Fall.